Zu den wichtigsten Punkten gehören die frühzeitige Kurvenprogrammierung der Aggregate und die damit verbundene virtuelle Inbetriebnahme einer Anlage bereits in der Konstruktionsphase. Technische Grundlage hierfür ist die Verknüpfung von Excel-Tabellen der Kurvensteuerung mit dem 3D-Cut-Modell der Anlage. Unsere Konstrukteure sind damit in der Lage, den Ablauf der Bewegungen wie etwa Biegeprozesse zu simulieren. So fallen mögliche konstruktive Schwächen oder drohende Kollisionen im bewegten Werkzeug auf, lange bevor die Maschine gebaut wird. Und wir können die Bewegungsabläufe dahingehend vorbereiten und gegebenenfalls Kollisionen, die entstehen, vorher erkennen. Zum Beispiel an dieser Position müssen wir zwei Bewegungen überschleifen, damit wir nicht an dieser Kante hängen bleiben. Das können wir hier simulieren und einfach an unsere Anlage übertragen. Die spätere Inbetriebnahmephase an der realen Maschine wird hierdurch deutlich verkürzt, was zu kürzeren Lieferzeiten für unsere Kunden führt. Doch das ist längst nicht alles. Die Bewegungen verschiedener Antriebe können bereits in der Konstruktionsphase zeitlich so perfekt aufeinander abgestimmt werden, dass die Taktleistung der Anlage optimiert wird. Zusätzlich werden durch das zeitliche Verschleifen der Kurven miteinander Spitzen in der Leistungsaufnahme der Anlage reduziert. In Kombination mit den von uns verwendeten rückspeisefähigen Frequenzumrichtern führt das zu einer weiteren Erhöhung der Energieeffizienz. Diese Anlage fertigt Umformartikel und verschweißt sie mittels Laser. Und dank unserer Konstruktion und der Planung konnten wir den Gleichzeitigkeitsfaktor aller Antriebe so wählen, dass über die Rückspeisung nicht nur die Antriebe sich untereinander unterstützen, sondern auch der Laser mitversorgt wird, sodass die Anlage theoretisch bei ihnen im Keller an einer 16 Ampere Steckdose betrieben werden könnte. Zusammengefasst kürzere Lieferzeiten, optimierte Prozesse mit höheren Taktleistungen und geringerer Energieverbrauch. Fortschritt made by Schmale.